Grüßt euch Leute, hier sind Nico und Kevin von Electric Callboy und ihr fragt euch sicherlich, wo sind die Jungs da gerade? Wir sind hier in der Rudolf-Wilbe-Arena in Oberhausen. Richtig. Und hier wird am 13.8. unser erstes eigenes Festival stattfinden, das Escalation Fest. Ehm, was soll man sagen, der Moped ist fast ausverkauft. Es gibt noch ein paar wenige Sitzplätze. Ja Leute, das krass an der ganzen Geschichte ist, früher hast du Tickets gekauft, um hier deine Lieblingsbands zu sehen und dachtest, boah, was ist das für ein Laden? Und jetzt zocken wir einen Monat selber hier. Das ist das allergeilste an der Geschichte. Absolut. Und ich muss sagen, ey, Nico, jetzt mal so leer das Ding hier anzugucken, da ist ein richtig geiles Teil. Das ist ein Highlight, ne? Jetzt schon. Guck doch mal hier. Guck mal hier. Richtig schön. Guck mal, da. Da schmeckst du richtig, was hier passiert ist. Das liegt hier in der Luft. Guck mal, wie nah das alles ist. Guck mal. Hier kannst du wirklich von links nach rechts greifen. Wenn du hier in der Mitte stehst, kannst du da noch High-Fives verteilen. Weißt du, was das geilste ist, Christian? Guck mal da oben. Die Leute werden ausflippen auf den Rängen. Kannst du das da sehen? Da? Da vorne? Da? Zeig doch mal hier. Lass mal da hingehen. Komm, wir gehen da mal hin. Nico, komm. Ja, komm. Alter, da kennst du aber, da kannst du nix sagen, ne? Alles geil. Geile Teile. Kann man gut sitzen. Aber Leute, wisst ihr, was das allergeilste ist? Ihr denkt, ihr kauft hier einen Sitzplatz. Aber eigentlich ist das Ganze hier eine private 1x1 Meter Party-Lounge. So Leute, ihr wisst, was zu tun ist. Jetzt das Ticket sichern, bevor sie alle weg sind. Denn das wird die geilste Party des Jahres. Ja, und die, die jetzt immer noch keinen Bock haben, denen können wir auch nicht mehr helfen. Ihr kauft zwar einen Sitzplatz. Ja, 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 sicher. Aber eigentlich... Mach mal, pass auf, mach mal. Pass auf. Aber eigentlich... Ja. Ist das? Ja, ja. Aber wisst ihr, was das allergeilste ist? Ja. Ihr kauft zwar einen Sitzplatz. Ja. Aber das ist kein Sitzplatz. Ja, ja. Aber wisst ihr, was das allergeilste ist, Leute? Ja. Ihr kauft zwar einen Sitzplatz. Ja. Aber eigentlich ist das eine private Party-Lounge. Alter. Oh Gott. Nochmal, komm, jetzt konzentriert. Wir sind Profis. Sorry, sorry, sorry. Wir sind Profis.